Jetzt schreibt mich der Heiler an. Ich dachte, das ist ein Engländer, der Heiler. Was spiele ich jetzt? Komm, ich spiele nochmal Inka. Oh, das wird aber eine harte Geschichte, ich sag's euch. Prost und hier DH, der wird jetzt hier gleich hinlunzen. Ich würde auf den Hexer gehen, tatsächlich. Der Hexer will halt Open Field spielen, ne? Wenn wir gegen den Hexer Open Field spielen, dann sind wir halt ziemlich RIP. Das ist halt das Problem. Eigentlich musst du am Pillar bleiben gegen den Scha... ...fucking... Fuck, okay. Jetzt hätten sie sonst was gekriegt. Also ich kann eigentlich Open Field gehen, weil ich eh viele aushalte. They kill, fear, countered. Disadence. Earth Elemental. Silver Frost. Shadow Toting, countered. Sky Fury Toting. Der wird einfach zerrupft. Einfach zerrupft, den Hexer. Der hat keinen einzigen Chaos Ball rausgekriegt. Okay, die dreckige Lache musste jetzt sein. Sorry, Leute. Ich dachte, okay, das wird halt ein richtig ätzendes Game, ne? Hier so richtiger Abfuck. Habe mich stunnen lassen vom Toten. Der ist einfach... Ah, bevor er einen Chaos Ball rausgekriegt hat, ist er einfach hops gegangen. Ja, gut. Ne? Kann man machen. Achso, er geht auf den Heiler. Okay, warte, voll Stunt drauf. Okay. Komm, jetzt kriegt er noch einen Laser rein. Laser? Fuck, er... Ja, ich... Dachte, ich kriege ihn durch den Laser, aber ich habe gleich nochmal einen Counter. Okay, Link hat er noch. Okay, er versucht jetzt nochmal alles, ne? Ja. Das will er nicht auf sich sitzen lassen, dass sein... So, hier, gekickt. Das war es jetzt. Jetzt kann er nicht mehr casten. Okay. Damit haben wir ihn erledigt. Hast du gesehen? Der Parler, der drückt aber auch echt gut Damage, ne? Also, das war zu 90% tatsächlich der Parler, ne? Das Einzige, was ich war, der Fini... Also, ich habe ein bisschen halt mit drauf gehittet. Aber der Finishing Move, ne? Der hat ihn halt gekillt. Weil das haut halt fast 100k raus. Meiner E-Ding. Weil das halt ein bisschen Broke mit dem Scaling ist, tatsächlich. Da kannst du halt echt richtig rauslonzen. Aber das meiste... Also, der Parler hat ihn halt übelst runtergehittet. Den Hexer. Und der Hexer sind eigentlich schon einigermaßen Devi, muss ich sagen, ne? Ja, also, ich habe gar nicht so viel gemacht in dem Fight. Scheiße, unser MMR geht jetzt halt immer weiter hoch, ne? Jetzt sind wir bei 1830 knapp. Mhm. Ich spiele mit Tauntalent drin. Hier. Klar, dass ich supporte. Klar, weiß ich doch. Deswegen habe ich auch drauf getauntet. Okay. Gekke, ich habe gestern angefangen, Arena zu spielen. Da habe ich mir, äh, random Dudes hier angelacht. Sehr schön. Der ist ziemlich geplatzt. Ich bin am überlegen, ob ich, äh, Death Trinket habe ich noch auf der Bank. Ja, klar, das habe ich auch. Ne, es sind nicht 30%, äh, 20% sind es. Warte. Hier. Das hier. 20% werden auf mich übertragen. Ich spiele, äh, ich spiele Full-Support-Skillung quasi mit, ähm, mit Taunt, ne? Das bis zu 9% mehr ist, 15% mehr live und ich spiele mit 20% übertragen. Weißt du, es wäre halt so nice. Ich könnte halt theoretisch auch mit Double Charge spielen. Das wäre halt richtig gut für mich, ne? Und das hier mache ich 25% mehr Schaden. Aber tatsächlich sind die defensiven Sachen halt besser. Ähm, ich habe meine Post, ich habe meine Post heute Nachmittag schon rausgeholt. Tatsächlich, weil ich es gestern nicht mehr geschafft hatte. Und deswegen, ja. Aber ja, das wird jetzt auch wieder ätzend. Rogue, Warlock. Er meint, äh, dass wir hier den Dings, den Lock, will er. Schauen wir mal. Ach, der fucking Rogue hat mich gefunden. Dammit. Das ist jetzt nicht gut. Egal. Juckt halt nicht. Ich ziehe den jetzt hinter dem Ding. Fuck. Fuck, 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 fuck. Sie haben den Dings gefunden, unseren Heiler. Das, das läuft jetzt gerade nicht gut. Das läuft gerade gar nicht gut für uns. Ich habe große Range, brauche ich nicht aus dem Ding raus. Nein, 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 nein. Ich stunne jetzt erstmal. Lass den Fehl jetzt erstmal durch. Danach ziehen wir, ziehen wir auf ihn durch. Ach, komm. Okay, er will mich bolten. Ist egal. Tut er nur mein Schild. Ne, ne, ne. Ich mache jetzt kein Shadow Fury. Er versucht ja gerade auf mich zu gehen. Das wäre gut, das wäre gut für uns. Soll er ruhig ein bisschen mich rein bolten. Schau mal, was da passiert ist mit seinem scheiß Bolt. Ach, er geht hier auf den Heiler. Habt ihr gesehen, ich habe meinen Finisher auf den... Oh, warte mal. Wir müssen... Fuck, was habe ich noch? Das Momentchen habe ich noch. Jetzt kann ich gleich wieder stun. Stunst uns dann? Okay, Stun ist drauf. Jetzt haben wir gleich nochmal einen Interrupt, dann kann er nichts machen. Der Ball hat einfach den Heiler auseinander genommen und ich habe es nicht so beobachtet. Jetzt bin ich gerade noch hin und habe meinen Finisher reingedrückt in den Heal. Aber das lief gut, obwohl ich nicht so sonderlich gut gerade performt habe. Okay, er ist rausgegangen. Okay, da. Jetzt habe ich halt richtig low Schaden gefahren. Das ist sehr gut. Zumindest nur mehr als der andere Dude hier. Naja, scheiß drauf. So, ich hoffe, dass es jetzt dann gleich besser ist. Mal gucken, auf was sie gehen wollen. Wir haben einen Shadow und einen Worry. Der hat den Worry im Target, okay. Ja, das muss ich mal anders beinten noch. Okay, der hat Dornen. Auf den anderen gehen. Um. Wild Charge. Wild Charge. Shadow Queen. Sweeping Strikes. Cyclone. Success. Void Form. Storms down. Psychic Scream. Very little strike. Iron Bot. Sweeping Strikes down. Inner Bait. Purge. Blade Storm. Purge. Wild Charge. Void Form down. Spawn. Spawn Wolf. Cyclone. Success. Very mortal strike. Void Form. Vampiric Embrace. Sweeping Strikes. Cycloon. Counter. Life Breath. Sweeping Strikes down. Embrace down. Dispound. Void Form down. Backlash Fear. Storm Bolt. Ich wollte das neue Trinket anziehen, ne? Sagen wir einfach mal... Okay, instant gekickt, ne? Aber das war dumm, dass er instant gekickt hat. Purge. Wild Charge. Mighty Patch. Earth Salt Vortex. Cyclone. Sweeping Strikes. Iron Bot. Greater Fade. Greater Fade down. Glade Storm. Sweeping Strikes down. So, ihn haben wir jetzt mal voll rausgenommen. Defense Stands. Very Mortal Strike. Void Form down. Thorns. Storm Bolt. Master Pound. Countered. Cyclone. Success. Psychic Scorn. Storms down. Silence. Cy Fiend. Psychic Avatar. Die Skiltern. Jetzt habe ich leider keinen CC... Okay, jetzt hat er Dispersion gezunden. Cyclone. Dispersion down. Master Pound. Wild Charge. Er hat keinen Dispersion mehr. Darf bloß er unserer Heiler nicht gegen den Worry rippen. Cyclone. Wo geht er jetzt hin? Wieder zurück auf den Worry. Habe ich gerade meinen Dot auf den gesetzt. Das ist halt immer kacke, ne? So, die sind nochmal beide. Fuck. Mein Dude stirbt. Oh, ich bin einigermaßen lausig. Naja, ich kann mich hochziehen. Alles easy. Ah, der hat jetzt wahrscheinlich mittlerweile wieder Ding. Schade in. Cyclone. 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 Avatar. Success. Swipping Strikes down. Greater Faith. Greater Faith down. Thorne. Countered. Pala ript halt gerade. Pala ript halt gerade. Vain Feeding Strikes. Iron Bark. Ursal Vortex. Storms down. Stormbolt. Wild Charge. Blades Storm. Void Form. Growl. Backflash Fear. Psychic Scream. Dispersion. Okay, ja, dann haben wir so eine... Jetzt hat er halt gereckt, ne? Dispersion down. Very Mortal Strike. Self Reflection. Ich hab die ganze Zeit drauf gewartet. Die ganze Zeit hab ich drauf gewartet, bis ich mein... mein Dings einsetzen kann. Ah, seht ihr mal? Vier Millionen Damage. Da sind wir. Nice. Fuck, wir sind halt jetzt auf 1900er MMR, ne? Ähm, funktioniert jetzt wieder alles? Läuft das? Ja. Gerade ging es gut, ja. Boah, das ist immer am Ende echt so knackig knapp. So, äh, was meinst du? Soll ich jetzt mal die Dikt anziehen? Alter, ich komm halt zu gar nichts, ne? Ich wollt mir noch uns einen Sockel kaufen. Na, scheiß drauf, dann hol ich mir's. Na, später. Ja. Warum spielt... Also ich find, dass der jetzt nicht so schlecht spielt. Ihr braucht CC. Ja, das Problem ist, ich kann halt nicht viel CC'n. Das Einzige, was ich halt machen kann, ist halt ein Stun. Und ich versuch schon immer mal, den Heiler rauszugehen und zu Stun. Ich kann desorientieren. Aber so einen richtigen HCC hab ich halt nicht, ne? Lass keinen Trinket, ne? Wenn wir Disci facen, dann gehen wir auf den Disci, okay. Ich mach halt das, was der Parler da so macht. Wir sind halt nicht im Voice oder irgendwas. Ich lauf dem halt hinterher und klopf halt da drauf, ne? Ist halt immer blöd wegen meinem Debuff, den ich draufhau. Kein Wunder, dass es knapp wird, okay. Okay, wäre gut. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, was ich anders spielen soll, gerne her damit. Okay, irgendwo ist ein Healdreed. Ja gut, wir haben halt jetzt ein Destro und ein Destro. Das ist halt der übelste. Fuck, ich muss, ich muss ihn halt jetzt supporten. Das hab ich. Das musste ich halt jetzt machen, jetzt hab ich halt nix mehr. Und da ist der Hexer-Geschichte. Das gibt's gar nicht. Was wir teilweise so nen, so nen Dings wegrocken. Das ist gesinn. Hast du das gesinn? Der ist einfach tot. Der Hexer ist einfach, einfach hops gegangen. Ich hab noch nicht mal mein Laser eingesetzt. Hier. Ich mach's ziemlich gut, okay. Du, keine Ahnung. Ich spiel das erste Mal in der, äh, also Guardian spiel ich schon als Mei, ne. Ich denk mal, Guardian kann ich spielen, aber in der Arena-Konstellation spiel ich's tatsächlich. What the fuck ist das Execute? Ja, Paula.